Die Autohalle bietet Platz für 600 Personen, je 300 Personen auf zwei Stockwerke verteilt. Einmal in einem Multifunktionsraum im Erdgeschoss und andererseits können wir aber auch im Atelier im Erden Obergeschoss Events anbieten. Wir befinden uns mitten im Zürcher Weiland und das ist eigentlich eine ziemliche Chance für uns, gerade wenn wir Oldtimer-Ausfahrten anbieten. Es gibt wunderschöne Strassen, es gibt viele Rettberge, es gibt Wälder. Ja, ein Haufen Sachen zu entdecken mit dem Oldtimer und auf das freue ich mich eigentlich besonders, dass wir das den Leuten auch zeigen können und auch die ganzen Regionen ein bisschen bekannter machen, als sie vielleicht jetzt schon ist. Ein Multifunktionsraum, also der wird immer so eingerichtet, wie ein quasi ein Kunden braucht, sei es ein Unternehmen oder eine Privatperson. Da gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen, die zu erfüllen sind. Aber auch Gala-Dinner sind möglich, gerade eben für Hochzeiten. Ja, da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich vergleiche die Eventlocation in der Autohalle so ein bisschen wie eine Spielwiese, die wir einfach bespielen können und da sind uns sehr, sehr wenige Grenzen gesetzt. Ich freue mich besonders darauf, in die Augen zu schauen von den Gästen, wenn sie zurückkommen von unseren Oldtimer-Experience-Drives. Das wird, glaube ich, ein ganz besonderer Moment, wenn wir die erste Gruppe haben, die so ein Rahmenprogramm bei uns gemacht hat. Die steigen aus dem Oldtimer aus, man fragt sie, wie es gewesen ist und sie erzählen und sie erzählen und sie erzählen. Auf das freue ich mich am meisten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020